Servus, hallo, ich bin der Jörg von Badenstaff, der Manufaktur hier in Offenburg. Wir sind mit unserem Burgerwagen auf dem Offenburger Wochenmarkt regelmäßig anzutreffen. Leider nicht jeden. Wir sind aber auch Stadtfesten und anderen Festivitäten. Wir sind auch käuflich mietbar. Und die Besonderheit bei uns, unsere Burger sind handmade, alle Soßen selbstgemacht. Wir haben vegane Burger, wir haben glutenfrei auch für Zündlinge-Heimkicker. Und ja, wir lieben dieses Marktleben, weil einfach die Leute, die Vielfalt, die Buntheit, dieses Angebot, so viel Frische, da passen wir, denke ich, ganz gut dazu. Euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Herzlichen Dank, super. Herzlichen Dank.